DadaLake Entertainment Deep Silver Presence Presence The Whispered World So, halli hallo hallöchen liebe Freunde zu dem neuen LP Projekt The Whispered World Das versprochene Adventure Nun, wie soll ich anders sagen Aus dem Hause DadaLake mal wieder Ich mag einfach das Studio Ich mag die Spiele Und ja, dann machen wir gleich mal los Und ach ja, noch eine ganz kurze Anmerkung Ich spiele das hier komplett blind Also bis auf eine kleine kurze Testaufnahme In der ich geschaut habe Ob das mit den Audioeinstellungen und so weiter Funktronieren tut Ist das jetzt alles komplett blind Ich habe noch keine Ahnung Was es wird Was da los sein wird Und ja Also, ihr kennt es ja Ich bin dann volle Kanne verplant Und ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel Wenn ich dann so viel wie möglich Von dem Spiel mitnehmen will Sage ich lieber gleich mal vorweg Also es kann sein, dass das ein bisschen länger dauert Etwas längerfristig wird Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung Wie lange das Spiel normal braucht Und das ist mir auch herzlich egal Aber wie gesagt, ich versuche möglichst viel mitzunehmen Unter anderem dann wahrscheinlich auch mal mit Längeren Folgen oder sonst was Ach ja, und ganz wichtig Wäre mir ein persönliches Anliegen Für meine Für die ganzen Zuschauer Die wo hier zuschauen Und auch für mich selber Wenn ihr das Spiel kennt Wenn ihr schon mal gespielt habt Bitte nicht in den Kommentaren Oder sonst wie irgendwie spoilern Weil das macht es dann irgendwie langweilig Dann ist die Luft raus Und ich glaube, ihr selber hättet es dann auch nicht gern Wenn man euch dann irgendwie ungefragt Irgendwie so das Ende verrät oder sowas Also würde mich freuen Wenn ihr euch dran haltet Und ja Dann haben alle mehr davon So Nichtsdestotrotz Fange ich jetzt ein neues Spiel Los geht's Es wird dich vielleicht traurig machen, das zu hören Aber dies hier wird die letzte Geschichte sein, die ich dir erzähle Ich weiß Du hast gerne lustige Geschichten Mit fröhlichen Menschen und einem Happy End Aber ich habe keine Kraft mehr dafür Was ändert es, wenn ich dich belüge Meine letzte Geschichte also Spielt in einem fernen Land Das im Begriff ist zu sterben Sie beginnt im Herbstwald Es ist die Geschichte von Sedgwick Den traurigen Clown Sedgwick schläft unruhig Wie jede Nacht Dabei weiß er noch gar nicht Dass er innerhalb von wenigen Tagen Die Welt zerstören wird Musik Die Welt zerstören wird Das ist die Geschichte von Sedgwick Die Welt zerstören wird Die Welt zerstören wird Das ist die Geschichte von Sedgwick Die Welt zerstören wird Das ist die Geschichte von Sedgwick Das ist die Geschichte von Sedgwick Das ist die Geschichte von Sedgwick Die Welt zerstören wird Das ist die Geschichte von Sedgwick Was für ein Albtraum Jede Nacht ist es dasselbe Ich kann mich kaum erinnern Wann ich das letzte Mal richtig geschlafen habe Spot Wo ist Spot bloß Er begrüßt mich doch sonst jeden Morgen So Herzlich Willkommen Noch einmal Zu den neuen Projektchen Ja Diesmal möchte ich euch Eine traurige Geschichte vorstellen Was sich jetzt Dahinter genau verbirgt Wie gesagt Habe ich noch keine Ahnung davon Aber Naja Ich gedenke es rauszufinden So Wir sind jetzt hier Wie scheint In dem kleinen Wohnwagen Der wo gezogen worden ist Und das hier ist Sedgwick Hier Wie im Intro bereits vorgestellt Und wir schauen uns jetzt Hier einfach mal Ein bisschen kurz um Hier haben wir Eine Nachricht hinterlassen Bekommen Was ist das noch gleich Für ein Zettel Ach stimmt ja Auf diesem Zettel Hat mir Ben aufgezeichnet Wie der Kanonenrohrtrick funktioniert Das ist so unfair Sogar zeichnen kann er besser als ich Kanonenrohrtrick klingt interessant Das soll wohl ich sein Ben hat vergessen Den Ausdruck von Entsetzen In mein Gesicht zu zeichnen Während ich hunderte von Metern In die Luft katapultiert werde Die Darstellung ist auch sehr schön So Pfropfen Der Pfropfen wird vorne In das Kanonenrohr gesteckt Nur so wird genug Druck aufgebaut Um mich hunderte von Metern In die Lüfte zu katapultieren Oh Mann Wie ich diesen Trick hasse Ich glaube diesen Trick Eigentlich noch eher Dass der angenehm ist Als die Landung Das Wichtigste ist Ein stabiles Kanonenrohr Dem Kanonier soll ja nichts passieren Wenn er mich in die Luft sprengt Richtig Oh Bombe Eine kleine Bombe Oder etwas Schwarzpulver Reicht schon aus Einfach in die Kanone stopfen Und anzünden Der Rest wird schon Das steht da wirklich Der Rest wird schon Das darf doch alles nicht wahr sein Oh Mann Der arme Sedwig Ein Fallschirm soll dafür sorgen Dass ich mich bei der Landung Nicht verletze Na dann kann ja nichts mehr passieren Ja Also Sagen wir es mal so Immer schön fleißig Mottenkugeln verwenden Und dann ist das doch alles Kein Problem Mütze Schauen wir mal die Mütze Halt Können wir den mitnehmen So Nein Ich glaube Ben hat ihn aus einem bestimmten Grund Dahin gehängt Wahrscheinlich um mich daran zu erinnern Dass ich ohne seine Hilfe Nichts hinbekomme Ah Okay Ja Das ist ja nett von Ben Ben Ja Hast du diesen Zettel hier hingehängt Ja Das ist eine Anleitung Für deinen Kanonenrohrtrick Mein Kanonenrohrtrick Genau Für irgendwas musst du ja gut sein Und Opa ist langsam zu alt dafür Okay Ist klar Das ob es dann nicht mehr so gut in die Kanone reinkraxeln kann Da braucht man dann schon ein etwas kleineres Kaliber So Mütze Schauen wir mal an Das ist Bens Ersatzmütze Er trägt sie nicht mehr so gern wie früher Sie hängt ihm zu schlaff nach unten Seit mir das Stärkepulver ausgekippt ist Okay Ich komme nicht ran Aber Ben will sowieso nicht Dass ich seine Mützen trage Er sagt sie hängen danach immer so jämmerlich nach unten Ja Also Zettwig Das ist auch schon so ein Musterbeispiel vom Clown So richtig schön fröhlich Ach schau mal Schau nochmal her Zettwig Genau Ja Traurige Mundwinkel Hängende Schnauzenhaare Und diese Clownsbommel hängen auch so wunderbar nach unten Oh Mann Der tut mir ja richtig leid der Kleine Bommeln Halskrausen Glöckchen In einem Kartoffelsack würde ich mich weniger schämen Ich komme nicht ran So ein Pech Schön Bommeln In einem Kartoffel Immer noch das gleiche Prozedere Bierkopf Schicker Bettvorleger Dieser Teppich erinnert mich an einen der grundlegendsten Mechanismen unseres Lebens Ganz egal was du erreicht hast Egal wie groß deine Pranken und wie scharf deine Zähne sind Du kannst immer noch als Fußabtreter für eine Gruppe Zirkusclowns enden Schön Ähm Hallo Bist du wirklich tot? Nein Oder schläfst du nur? Ja Man kann sich da gar nicht sicher genug sein Aha Oh Okay Ich wollte den jetzt eigentlich nur kraulen Aber Naja Schlüssel Den hat Ben hier bestimmt versteckt Er macht das nur um mich zu ärgern Er weiß genau dass ich Angst vor scharfen Zähnen habe Ich könnte meine Hand verlieren wenn ich da reingreife Dann lass ihn doch Ben rausholen Bleib wo du bist Ich rette dich Oder hole Hilfe Ach Mann Was bin ich nur für ein elender Angsthase Oh Mann Puh Ganz schön knapp Das wird mir Ben büßen Ich hätte da bald drauf gehen können Oje 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 Aber Ach das Das ist schön Einfach das Charakterdesign Also ich hab's ja bei Rufo schon gefeiert Bei Deponia Dieser Ja Ja Das sympathische Ja Ekel Möcht man ja fast sagen Und jetzt Diese traurige Gestalt hier Das ist einfach herrlich Und diese Humorart Super Ich habe mal eine Liste mit meinen wahrscheinlichsten Todesarten begonnen Die Bärenkralle ist auf Platz 212 217 Und 321 bis 29 Hm Wie viel Auf wie viele Arten kann man von einer Bärenkralle sterben Ist doch Alles klar Ich kauere nur meine eigenen Fingernägel Hm Beim Kanonenrohr Trick Neu Der knabberte Clown in der Kanone Huch Ähm Ähm Ich habe mal eine Liste mit meinen Vatibären Okay Äh Ich wusste gar nicht Dass man die Einstecken kann Na egal Dieser Teppich erinnert mich an eine Ganz egal was du erreicht hast Egal wie groß Du kannst immer noch als Fußabtreter für eine Gruppe Zirkusclowns enden Okay Die Zirkusclown-Truppe Die haben wir schon abgefrühstückt Kerze Ui Schauen wir mal an Ben sagt Diese Sorte Kerzen brennt ewig Ich sage Sie macht sich nur was vor Oh Arme kleine Kerze Kann man mit dir reden? Kleine Flamme der Hoffnung Wofür kämpfst du so tapfer? Am Ende wirst auch du erlöschen Ah Ah Sedwig Also Ich Ich glaube das Adventure wird mich jetzt echt vor ein Problem stellen Leute Also Außerhalb der Rätsel Weil Eigentlich Wenn man so diese ganzen Kommentare und so weiter hört Ist es ja doch irgendwo lustig Aber Wenn man halt so die generelle Stimmung mitkriegt Ist einem gar nicht nach Lachen Und das ist so schwer Also Aber wenigstens glaube ich Dass ihr da keine zerlachten Zwischensequenzen oder so mehr von mir zu hören bekommt Und deswegen Naja Hat es wenigstens etwas Gutes Es ist deprimierend Ich habe kaum eigene Sachen Sie passen alle in diese Schublade Ich habe eine Abmachung mit Ben Er spuckt mir nicht mehr in meine Schublade Und ich male seine Guminase nicht mehr schwarz an Ist doch schön Na ja Schauen wir mal was wir denn da alles so drinnen rumfliegen haben Da ist nur dieser blöde Merkzettel drin Ben hat mir diktiert was meine Aufgaben sind Pure Schikane Was soll's Ich nehme den Zettel trotzdem mal mit Vielleicht finde ich ja irgendwo ein Buschfeuer oder so So Können wir da noch was Wendel Ne Können wir nur wieder zumachen Okay Ah Zettel Ben hat mir für heute wieder eine Menge Aufgaben zugedacht Warum bin ich überhaupt aufgestanden 5 Uhr Aufstehen 5.30 Uhr Proben beginnen bei Sonnenaufgang 7 Uhr Spot füttern Also wer oder was Spot auch immer ist 37 Publikum suchen 10 Uhr Kanonrohrtrickproben 12.15 Uhr Bruno waschen 16.30 Uhr Die Wohnwagen aufräumen Heidewitzker Wie lang brauchten der um den Bruno zu waschen Ich nehme mal an Das war das Zugtierchen aus der Videosequenz Wohnwagen aufräumen Boah Also das ist ja auch relativ viel Zeit Halt Nein Verdammt Ich hab dann bloß noch gesehen Röpsalphabet üben Proben Entschuldigung Schlafen gehen 21.30 Uhr Okay Naja Das ist Schön Ich wollte eigentlich die Kerze Nehmen wir mal mit Autsch Verflucht Das gibt bestimmt eine Brandblase Warum bin ich nur immer so ungeschickt Äh Kerze vorher vielleicht ausblasen Bevor man sie mit Er fragt mich ob ich hier draußen bin Hast du keine Aufgaben zu erledigen oder was Ist ja schon gut Ich komm ja schon Dann wollen wir mal Dann wollen wir mal Schnell weg Komm sofort her Es ist schon helllichter Tag Genau Lebensmittelvergiftung Wir finden dir was zu trinken Doch Nachgeräusche Ich dachte die Ich dachte die Ich dachte die Kommt von Ob es da Zut Hier Schau mal Können wir den Lass Bruno in Ruhe Im Gegensatz zu dir Hat er seine Arbeit für heute schon erledigt Ah ja Genau Hatte ich doch recht Das ist Bruno Das ist zu dir Bruno Schade Er schläft Er ist der einzige in der Familie Der mir zuhört Lass Bruno in Ruhe Im Gegensatz zu dir Hat er seine Arbeit für heute schon erledigt Ah ok Dann ist das jetzt also seine Family Opa Ben ist dann Ja Wer ist Ben Das könnte der Bruder sein Hm Keine Ahnung Naja Werden wir mit Sicherheit noch rausfinden Spot Können wir ihn da in die Ähm Ah ja Ok So Spot Es wird Zeit etwas zu trinken Klatsch Ähm Huch Mahlzeit Ähm Okay Alles klar Ähm So Wir haben jetzt einen Kugelrunden Wurm Raupe Was auch immer dabei Yeah Hm Reden wir doch mal mit Ben Das ist mein Bruder Ben Ich werde nie so gut jonglieren können wie er Das sagt er mir bei jeder Gelegenheit Ah Als Tochterbrüder So Reden wir mal mit ihm Hallo Ben Hallo Schlafmütze Wie oft muss ich dir eigentlich noch sagen Dass die Proben bei Sonnenaufgang beginnen Ich kann nichts dafür Ich hab so schlecht geschlafen Schlecht geschlafen? Was soll das heißen? Doch nicht schon wieder diese Albträume Das sind keine gewöhnlichen Albträume Es wird alles so echt Das Beben Die zerklüfteten Felsen Himmelszedwig Jetzt reiß dich mal zusammen Du bist ein Clown Ein Gaukler Du sollst die Leute fröhlich machen Und nicht deprimieren Na Wann ist denn unser nächster Auftritt? Wann ist unser nächster Auftritt? Ach Wer weiß Dieser Landstrich ist genauso leergefegt Wie die letzten Durch die wir gezogen sind Die Menschen verlassen das Land Sie haben Angst vor dem Ende Wer ist Ende? Wovon redet der? Kann ich jemand anderes den Clown spielen? Kann ich jemand anderes den Clown spielen? Und was willst du dann machen? Eine Löwendressurnummer? Siehe es ein, Sedwig Du bist einfach nicht talentiert genug Für die wichtigen Nummern Du kannst nicht jonglieren Du kannst keine Torten werfen Nicht einmal deinen Trick mit dem Kanonenschuss beherrschst du Vielleicht habe ich auch einfach keine Lust aufhubende Nasen Vielleicht habe ich auch einfach keine Lust aufhubende Nasen